Heute ist der Re-Switch Schalter noch mal dran. Es geht um eine effektive Methode wie man aus wenig Spannung viel Spannung machen kann. Ja ich meine gibt ja da unseren Joule Thief. Der ist schon so nicht schlecht kann man schon nicht meckern aber irgendwie muss doch noch effizienter gehen. Ja momentan das was wir auf dem Markt bekommen sind solche Lämpchen für den Garten mit so einem Solarpanel oben drauf. Hier ist jetzt gerade eins in Aktion. Die funktionieren so ähnlich wie Joule Thief Technik kann man so ähnlich sagen nur halt haben die keinen Ferritkern in der Mitte sondern die machen das mit einer winzig kleinen Luftspule auf ihrem auf ihrer Platine. Ja meistens vergossen. Da sieht man wieder nichts. Naja jedenfalls wenn man da mal das Oszilloskop ran hält kriegt man mit dass die ungefähr mit 500 kilohertz angesteuert werden und wenn sie dann so die 0,7 Volt Grenze erreichen dann wird die viel dunkler. Also die leuchtet jetzt auch nur so hell weil jetzt gerade der Dämmerungsmodus eingeschalten ist sozusagen. Das Licht das fällt hier nicht direkt drauf. Wenn es nämlich komplett weg wäre das Licht ja wäre die viel dunkler. Ja weil unterhalb von 0,7 Volt es wäre ja blöde wenn die Akkus richtig leer gezutscht werden dann kann man die halt nicht mehr laden. Dann mit Solar ist schon nicht so verkehrt wie die das hier machen. Aber in Zeiten wo man hier Kristallbatterien basteln können also Batterien die man bis die man nicht leer bekommt. Sagen wir es mal so. Also wo es gerade darum geht diese diese untersten Volt Zahlen zu benutzen. Ja da bräuchten wir mal eine andere Ansteuerung. Ich kann es nochmal fix in 3D zeigen wie es zusammengebaut ist. Ja also so wie das hier gebaut ist hier vorne kommt der Minus rein. Dann haben wir hier unseren Readswitch. Und hier oben drüber geht eine Leuchtdiode weg. Hier das ist eine Schottky Diode. Diese welche. Ja hier in der Mitte das ist ein Ferrit Stab von so einer Drosselspule. In der Mitte das Teil. Hinten drauf Magneten. Da müsst ihr mal gucken welche zu stark sind welche zu schwach sind. Also den kann man dann auch gut im Trockenmodus ausprobieren. Indem man dann den ganzen Klimbims mal weglässt und noch keinen Kondensator ran macht. Auch noch keine Schottky und noch keine LED. Und die Diode kann man auch weglassen. Einfach nur hier unten dann Plus anschließen und hier Minus. Oder andersrum je nachdem wie rum ihr hier gewickelt habt. Darauf kommt es dann nämlich auch an. Ja dann mal hin und her probieren. In irgendeiner Einstellung funktioniert es dann jedenfalls. friendships sind hier raus. undする visualisiert haben welche freute werden würden. In irgendein Feedback würde man massieren. Sch tengan die Kondensator mache. Machen wir mal einen Trockenlauftest, jetzt nur mit LED und 1,245 Volt. 0,006 Volt gesunken, sie dürfte sehr sehr wenig ziehen und die ist extrem hell die Lampe. Und hier klingt es, jetzt bin ich zu weit herangekommen. Hier kann man dann auch schön die Frequenz einstellen. Irgendwann hat man es dann, dass man es fast gar nicht mehr hört. Und je weiter wir hier weg gehen, je näher ich dran bin, zieht mehr, jetzt gehe ich weiter weg. Die Frequenz wird höher und zieht weniger. Jetzt hört man es ja fast gar nicht mehr, aber es ist trotzdem noch an. Ah jetzt ist es ausgegangen, das war zu weit. Also der Punkt ist hier ziemlich kritisch. Lassen wir es mal so hier. Passt halbwegs. So, gut. Das ist ja erstmal schon so nicht schlecht. Hier LED, die eigentlich für 3,6 Volt gedacht ist, leuchtet mit, das ist schon ordentlich Leuchttärke. Ich kann jetzt schlecht beurteilen, ob es volle Leuchttärke ist oder nicht. Aber so wie es hier aussieht, also die ist schon ordentlich. Ja und die Batterie, also so wie das hier aussieht, die brennt morgen noch. Mindestens. Ja, so weit so gut. Hier hinten, das ist jetzt eine Lampe für 220 Volt. Da ist original hier so ein Vorscheiddingens davor. Das macht dann irgendwie aus 220 Volt Wechselspannung. Dann, boah, die, was ist das für ein Conti hier? Ach irgendwas um die 200 Volt Gleichspannung. Was die hier braucht. Also die geht mit 90 Volt oder mit 100 Volt geht sie an. Also die brauchen wir mindestens damit die ersten LEDs hier, die blauen gehen oder die roten. Ich weiß nicht, eine von beiden LEDs geht meistens zuerst an. Dass man überhaupt das hier aber so 100 Volt braucht, brauchst du hier mindestens damit das funktioniert. Ja, wir zutschen ja hier jetzt schon schön. Mit der hier sind wir jetzt bei 12,33. Hm, na, klemmen wir die mal mit dazu an. Dazu haben wir hier das Plus. Das ist doch mal eine Nummer oder? Kann man das lassen? Ja, das ist natürlich nicht volle Lullstärke, ne? Aber eh, die sind alle an. Und das sind mehr als 100 Volt, was die hier braucht, auf alle Fälle. Und das ist alles von der kleinen Batterie. Gucken wir mal hier. Die ist immer noch bei ihren 12,33. Boah, da bin ich jetzt baff. Also langsam wird's, ja. Langsam wird's. Halt, kleines Schmankerl haben wir noch. Und zwar, wenn das hier so schön vor sich hin piecht, ist das ja ein Zeichen dafür, dass wir da hohe Frequenz haben. Ja, gut, jetzt entlädt sich der Kondensator langsam. Gut, können wir gleich mal, können wir gleich mal beobachten, wie es dann ausschaut, wenn wir sie wieder hochfahren, ob sie wieder heller werden. So, wir starten nochmal. Jawoll, klappt doch. Klappt doch. Na gut, die Feineinstellerei müssen wir halt noch ein bisschen hinkriegen, ne? Ja, ähm, wo war ich? Achso, da wo überall, ne, hohe Frequenzen sind, da können wir das Teil hier verwenden. Aframenkos Elektronenpumpe. Jedenfalls der Aframenko hat die zwei Teile in der Kombination irgendwann mal patentieren lassen und seitdem hat sie es bei mir eingebürgert oder eingeprägt. Das ist der Aframenkopumpe. Hm. Naja. Wie dem auch sei, hier oben einfach LED ran, ne? Und dann kann man damit dann wunderbar überall, wo hohe Frequenzen sind, sein Schabernack treiben. Kostenlos, ne? So, jetzt sind wir bei 12, 32, 31 gleich. So, mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr Energie rausholen können. Ja. 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 Das sieht gut aus. Haha. Wieder zu weit herangekommen. Ja, ne? Auch noch kostenlos mit. Hier. Hier. Da tut sich nichts. Da ist sie weg. Da ist sie dran. Weg. Dran. Ah, von Weitem. So hier. So hier. Also signifikant sinkt da gar nichts, ne? Und trotzdem kostenlos mit dazu. Ha. Ja. Ich glaube auf der Basis hier, auf der Basis werde ich dann mal weitermachen. Hm. Schon faszinierend, was so ein bisschen Vakuum ausmachen kann. Na, ist der Vakuum hier drin, den Reach haltern denke ich mal, oder? Ist da irgendein anderes Gas drin? Ja. Da gilt es jetzt nachzuforschen. Und das etwas aufzupimpen. Aber so hier. Hm. Ja. Da kommen wir weiter. Ich hoffe ihr auch. Bis bald.